Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Propheten Mohammed s.a.w. Wir haben dich als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Als Barmherzigkeit für die Welten. Das heißt, wir müssen auch diese Barmherzigkeit in uns spüren, diesen Menschen etwas rüber zu geben. Und wir müssen wahrlich hier stehen, dass unser Herz schlägt für diese Botschaft. Und zwar jeder Herzschlag und dass jeder Atemzug, den wir machen, die für diese Botschaft ist, so wie der Prophet s.a.w., wo zu ihm gesagt wurde, Oh du, der Eingehüllte, stehe auf und warne. Und als der Prophet s.a.w. einmal aufgestanden ist, in dieser Da'wa ist er nie mehr runtergekommen. In dem Sinne, dass er keine Da'wa mehr gemacht hat. Sondern er hat immer weiter die Leute aufgerufen dazu. Dies ist ein Zeichen des wirklich wahren Glaubens. Dass du dir Sorgen machst, dass du Barmherzigkeit in deinem Herz hast für deine Nachbarn. Hast du nicht so gedacht, ich bin greift, ich bin Muslim? Auf gar keinen Fall. Glaub mir. Und du siehst einige Leute um uns herum, die versuchen die Da'wa zu stoppen. Die erzählen dir, wenn du Da'wa machen willst, musst du erst mal Wissen haben. Wir sagen, das stimmt. Was für ein Wissen? Musst du ein Alim sein? Nein. Ansonsten, wer will denn sonst Da'wa machen, wenn nur der Alim Da'wa machen kann? Du musst Wissen haben von dem, wozu du aufrufst. Und jeder Muslim muss Wissen haben, wer sein Schöpfer ist, was la ila illallah bedeutet, was Mohammed und Rasulullah bedeutet. Und was es bedeutet und wie man betet, warum das Gebet wichtig ist. Muss jeder Muslim wissen. Wenn er das nicht weiß, da fehlt etwas Gewaltiges, dann muss er dieses Wissen kriegen. Weil es ist falsch zu denken, dass nur der Alim Da'wa machen kann. Wenn du nicht reden kannst, dann kannst du ihm ein Buch geben. Wenn du nicht reden kannst, du kannst ihn zumindest einladen in die Moschee, wo ein Unterricht stattfindet. Oder ihn auf eine Internetseite aufmerksam machen. Wie zum Beispiel www.einladung-zu-paradies.de Das ist ein Arbeitskund, sagst du hier. Das ist der Sinn des Lebens. Dann sagt er, in den meisten Feldern. Das ist das hier. Gehen wir auf die Seite. Top Ten für Nicht-Muslim. Schau dir mal an, das ist sehr interessant. Da ist ein deutscher Muslim, der ist im Islam konvertiert. Kannst du dir mal angucken. Deutscher Muslim! Wie geht das denn? So, dann gehst du auf deine Arbeitsstelle und gibst dir jedem eine Kerl. Tchik, 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 tchik. Und das ist die Next-Dawa. Das heißt, wir reden, was habe ich eigentlich eben mit Angel-Dawa? Angel-Dawa ist diese Dawa? Wir sitzen an dem See, schmeißen die Angel rein und warten, bis irgendwann mal einer in die Hand beißt. So ist das im Moment in Deutschland. Hier, das, zack. So kannst du, kannst du mit 10.000, hiermit kannst du mit 10.000 Mann am einen Tag Dawa machen. Und irgendwo ist derjenige, der sich das anguckt. Wir haben es gesehen. Und so arbeiten die Christen auch. Guck mal, was die machen. Guck mal in euren Ländern hier. Egal, wo du hingehst. In Indonesien, das größte islamische Land, wisst ihr, wie viele christliche Missionare es da gibt? Es gibt 27.000. Nicht sieben. Sieben, nicht siebentausend. 27.000. Kannst du dir das vorstellen? Die werden von ihrer Organisation unterstützt, dass die nur da sind, um mit den Leuten Bibelkunde zu machen. Hier alle lesen ein bisschen die Bibel. Und die haben Erfolg. Es gibt Leute, die treten zu ihrem Unglauben über. Warum, weil die sich bewegen. Guck dir mal hier in Dortmund in der Fußgängerzone. Guck doch mal. Ich war einmal in meinem Leben in Dortmund in der Fußgängerzone. Das war 1996. Aber ich weiß ganz genau, wenn du nach Dortmund in die Fußgängerzone gehst, dann stehen dort die Zeugen Jehovas und die Mormonen und die Evangelikalen und die Pfingster. Und die stehen alle dort mit ihren Flyern, mit ihren Prochüren, alles drumherum. Stimmt oder habe ich recht? Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich diese Menschen kenne. Und weil ich weiß, dass diese Menschen Motivation haben. Dass diese Menschen für ihren Glauben stehen und Motivation haben und dahinter stehen. Und ich weiß auch noch was anderes. Dass wenn du hier in Dortmund in die Fußgängerzone gehst, dass du keinen Muslim siehst, der da steht und Blätter verteilt. Warum? Weil ich die Einstellung kenne, dass kein Interesse vorhanden ist. Musst du nicht auf mich sein? Sondern man muss froh sein, dass man noch lebt. Man muss froh sein, dass man noch lebt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Diejenigen, die das verschweigen, was sie von der offenen Erklärung und von der Rechtslage herabgesandt haben. Verschweigen. Nur nicht auffallen. Hauptsache, das Geld stimmt, der Arbeitgeber. Die wird Allah verfluchen. Und die Fluchenden werden sie verfluchen. Und deswegen braucht man sich nicht zu wundern, wenn man die Lage von einigen Muslimen sieht. Haji so und so, beispielsweise, lebt seit 20, 30, 40 Jahren in Deutschland. Und hat es noch nicht einmal geschafft, mit irgendjemandem Dauer zu machen. Aber eine Sache hat er vergessen. Ich sage das nicht, um zu kritisieren, sondern um zu verbessern, Leute. Eine Sache hat er vergessen. Eine der gewaltigsten Eigenschaften der Gläubigen. Eine Eigenschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten beschreibt. Eine Eigenschaft, über die Allah sagt, dass es das beste Wort ist. Eine Eigenschaft, über die Allah sagt, dass diejenigen, die erfolgreich sind. Es soll von euch eine Ummah entstehen, die das Gute gebieten, die zum Guten rufen, das Gute gebieten, das Schlechte verwehren. Was ist das Gute gebieten? Zum Tawhid rufen, zum Einglauben rufen. Und das Schlechte verwehren. Und diejenigen, was werden die sein? Diese Leute werden die Erfolgreichen sein. Und was die anderen sein,